Die Brücke fährt, das so aus hier ist. Auch ein schöner Blick. Da wäre die Krüster. Auch heiß. Also der Fischerei aber auf kleine Hut. Das ist der Campingplatz La Riviere mit den Häusern Grand Large. Da sind die normalen Camper. Da ist eine kleine Stromschnelle noch. Die Brücke fährt, das ist der Campingplatz. Der Campingplatz ist die Krüster. Die Brücke fährt, das ist der Campingplatz, und die Brücke fährt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da ist die Anlegestätte, da oben. Das ist auch so ein... Das ist die Anlegestätte, da oben. Das ist die Anlegestätte, da oben.